Was ist Forschungsschwerpunkt CF, Controlling Rechnungswesen Finanzmanagement, steht für Forschung in der finanziellen Unternehmenssteuerung, die wirkt. Wir versuchen mit unserer Forschung eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, sowohl theoretische Fragen zu beantworten, aber auch praktische Lösungen für die Wirtschaft zu entwickeln. Und dabei haben wir zwei konkrete Anwendungsfelder. Einmal das Reporting Design im Bereich Berichterstattung und auf der anderen Seite das Thema Social Finance. Ein Projekt, das aus meiner Sicht besonders nachhaltig ist, ist das Thema Reporting Design, wo wir auf Basis unserer Forschungserkenntnisse in den österreichischen Firmen jetzt wirklich viele Berichtswesen optimieren. Und ein Beispiel ist ein großes Artikel-Unternehmen hier in Oberösterreich, das mit einem Bericht angefangen hat auf Basis unserer Kenntnisse. Das haben wir optimiert. Der Erfolg war dann so groß, dass es eine Guideline gegeben hat, wo es heißt, Berichte müssen in Zukunft oder Tabellen und Diagramme müssen in Zukunft so gestaltet werden. Und das Unternehmen hat jetzt mehr oder weniger viele seiner Berichte schon genau dadurch oder genauso angepasst. Und von dem her haben wir jetzt wirklich einen nachhaltigen Effekt auch in der Wirtschaft, dass unsere Erkenntnisse eigentlich immer wieder täglich angewandt und eingesetzt werden. Und das ist ja schon so großartig ist. Untertitelung des ZDF, 2020